Geh deinen Weg, sag mir, wo ist dein Weg? So, hier. Hier ist Jahresfahrradladen. Also dann. Und wie kommt ihr jetzt nach Hause? Fahrt ihr nicht mit dem Bus? Wir fahren mit der U-Bahn bis zur Uni, den Rest gehen wir dann zu Fuß. Oder fahren wir mit der Straßenbahn hin. Straßenbahn. Okay, also die nächste Haltestelle ist direkt hinter der Kreuzung, die nächste Straße links. Emma, du musst dich jetzt abschieben. Muss ich. Tschüss, Emma. Es war hoffentlich schön bei mir. Kommst du bald wieder? Ja, bei dir ist es immer cool. Okay. Tschüss. Sehen wir uns wieder? Ich weiß es nicht. Viel Glück. Danke. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020